Werfen wir einen Blick auf das Verkaufsmodell unserer OPC-UASDKs. Bei Softding verkaufen wir Ihnen keinen Lizenzschlüssel. Stattdessen statten wir Ihren Entwickler mit einem Wartungsvertrag aus, der es ihm ermöglicht, unseren Support zu kontaktieren, Entwickler-zu-Entwickler-Support und ihm den Zugriff auf die neuesten Software-Updates ermöglicht. Auch Royalty-Lizenzen gibt es bei uns nicht. Wenn Sie sich für den Kauf unseres Wartungsproduktes entscheiden, erhalten Sie innerhalb der initialen drei Jahre den Zugriff auf alle Software-Updates und auf unser Support-Team. Im Anschluss entscheiden Sie, ob Sie in einer jährlichen Weise weiterhin den Wartungsvertrag verlängern und Zugriff auf unsere Produkt-Updates und unser Support-Team erhalten. Unsere OPC-UASDKs gibt es sowohl in C++ als auch .NET in einer Binary als auch in einer Source-Code-Variante. Unsere OPC-UASDKs sind Tools von Entwicklern für Entwickler. Durch unser innovatives Wartungsvertragsmodell helfen wir Ihnen schnellstmöglich OPC-UASDK in Ihre Applikation zu integrieren. Also zögern Sie nicht und erhalten Sie noch heute Ihr persönliches Angebot.